Hallo und herzlich willkommen zurück in Green Hell. Ja, irgendwie schaffe ich es nicht. Meine Güte, meine Aussprache manchmal. Ich schaffe es irgendwie nicht, wirklich auf den Grünzweig zu kommen, weil ich immer noch keine richtige Waffe habe. So, gut. Dann werde ich mir nochmal hier so eine Klinge herstellen. Ach, was? Die kann ich auch dahin tun? Na, geil. Gut, so. Dann werde ich... Warte mal. Wartet mal, wartet mal. Ich werde herstellen. Jetzt mal versuchen, aus der Klinge ein... Irgendwas zu craften, aber das geht nicht. Ja, sehr gut. Kleiner Stock. Kommen wieder zurück. Gut. Ach, ich wollte ja mal gucken, ob ich irgendwas in meiner Falle drin habe. Das wäre ja mal eine Idee. Und dann... Leute, ich habe meinen Fisch vergessen. Meine Banane. Ah, die sammle ich mal. Mal gucken. Larven. Ja, sehr gut. Und unbekannte Nuss essen. Die gibt mir wieder ein bisschen Schmackes. So. Dann werde ich die noch essen. Die noch essen. Jajajaj. So. Aber hatte ich nicht irgendwie einen Fisch? Gesammelt. Ah. Okay. Der ist noch hier drin. Also wird er auch nicht schlecht, nehme ich an. Sehr schöne Geschichte. So. Mal gucken, ob hier wieder was drin ist. Nein. So. Wenn mir jetzt einer mal verraten könnte, wo ich mal eine schöne Falle hingetan habe. Ja, ist ja gut. Irgendwann kriege ich dich. Unbekannter Pilz. Du bist mein... Du bist mein... Ja. Ich bräuchte Licht. Ach, ich bräuchte so vieles. Wo ist denn meine Falle? Habe ich die nicht irgendwo hier so hingestellt? Yay. Meine Verbandspflanze. Heilungspflanze. Herr damit. Und noch einen Schlag. Jo. So, die werde ich mir auch gleich herstellen. Herstellen. Ich brauche so viel davon. Eintrag Bogen. Hä? Wie jetzt? Eintrag Bogen. Habe ich... Hä? Okay. Ich frage nicht nach. Ich akzeptiere das jetzt. Langer Stock? Oder langer Bambusstock? Seil? Natürlich. Ach je. Ich bin ja auch echt eine Nase. Na klar. Ich habe doch noch irgendwo einen langen Stock. Wo ist mein langer Stock? Erstmal was trinken. So, war es das schon? Ah. Ne, die ist leer. So, wo ist mein langer Stock? Der war doch hier irgendwo, oder? Ja. Also. Herstellen. Dann ans Seil. Tatsächlich einen Bogen. Cool. Ich habe einen Bogen. Auf das Ding muss ich erstmal was essen. So. Sehr gut. Dann werde ich jetzt mal... Achso, Moment. Wie kann man Pfeile herstellen? Eine Bogenfalle? Langer Stock, fünf Seile, Stock, kleiner Stock. Ja, geil. Okay, aber ich wollte jetzt eigentlich... Kleiner Stock und zwei Federn. Gut. Kleiner Stock, zwei Federn. Okay, herstellen. Federn habe ich ja hier. Ja, hier. Eins. Ein Pfeil. Wow. Herstellen. Sehr geil, sehr geil. So, noch was herstellen. Ich mache jetzt so viele Federn, wie ich kann. Äh, Federn. Pfeile. Ich freue mich. Herstellen. Jetzt habe ich vier Pfeile und nur noch eine Feder. Ja, naja, gut. Damit kann ich leben. Die mache ich mal da hin. So. Okay. Dann. Speichern. Ganz wichtig. Bei jeder neuen Sache schön speichern. Hüttenunterstand. So. Nein. Ich wollte doch nicht schlafen. Hallo, aufwachen. Ich wollte doch nur speichern. Spiel speichern. Genau da. So. Neun Tage lebe ich hier schon. So. So, den großen Stein nehme ich hier mal weg. Und tue den einfach mal da hin. So. Jetzt gehe ich erstmal nach meiner Falle gucken. Vorher trinke ich aber noch einen Schluck. So. Kein Fisch. So, wo ist jetzt meine Steinfalle? Ja. Ich habe die doch bestimmt irgendwo hier hingetan, oder? Das gibt es ja wohl nicht. Jetzt baue ich hier irgendwas und finde es nicht mehr. Ach, hier. Hm. Eine Spinde. Eine Br- Was für eine Spinde? Eine brasilianische. Okay. Kann ich die auch essen? So. Nehme ich hier noch eine Larve wieder rein? Okay. Ob ich die abschießen kann? Warum lässt er das eigentlich los, wenn ich es nicht möchte? Na, getroffen habe ich die leider nicht. Ja, so kann man es auch machen. So. Super. So, ich habe jetzt schon wieder irgendwas an meinem Adoniskörper. Dann schauen wir mal nach. Ja. Meine Güte. So. So. Feuer herstellen. Äh. Benutzen. Irgendwo hatte ich da noch ein trockenes Blatt, ne? Ja, hier. Los geht's. Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Keine Ausdauer. Gute Nacht. Und jetzt wird's wieder dunkel. Ach Mann. So. Ein Feuer machen. Benutzen. So. Jetzt ist mein trockenes Blättchen hier. Der ist so geil. So. Okay. Dann gibt es heute mal Frosch-Schenkel. Und wieder muss ich runtergucken. So. Ist ein bisschen doof gemacht. So, was kann ich jetzt hier mitmachen? Essen. Ja, aber nicht ungegrillt. Komm. So. Leckerchen Feuer. So, kann ich jetzt noch irgendwas essen? Ach, Mensch. Ich wollte ja. Warte. Wenn ich fertig gebraten habe. Ich wollte mal gucken, ob ich mit diesem einen Pilz hier mir irgendwas tolles kochen kann. Weil, Leute, es sieht sehr, sehr schlecht für mich aus hier. Oh Gott. So. Gleich ist mein Fleisch fertig. Sehr gut. Essen. Hm. Gut. So, mal gucken, was mir die Spinne hier bringt. Ich möchte mal gerne da drüber. Da drüben muss doch bestimmt irgendwas tolles sein. Okay. Erweitern. Oh Gott. Was? Minus 5 Gesundheit? Oh nein. Aber Proteine. So, jetzt hole ich mir mal schnell eine Schale. Die hier zum Beispiel. Aber die trinke ich jetzt erstmal. So. Nehmen. Achso, ich hatte ja schon eine drin. Ich bin so ein Depp. Wirklich. So. Wie geht's weiter? Jetzt kann ich das. Sehr geil. Jetzt kocht das Wasser. Habe ich jetzt hier noch was drin? Ja. Okay. Okay. Und jetzt. Aha. Cool. Trinken. Hydration 10 und Kornhydrate. Na wie geil ist das denn? Ja, da mache ich mir gleich noch was. So. Rein damit. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Und rein damit. Trinken. Ja, geil. So. Und jetzt hatte ich ja noch einen Fisch. Genau. Den sammle ich erstmal. Okay. 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 Gucke wieder runter. Öffne meinen Rucksack. Und gräbe mir jetzt meinen Fisch. Die rohen Sachen tue ich mal da runter. Äh. Ne. Da hin. Da hin. So. Mal ein bisschen aufräumen hier. So. Erweitern und essen. 27 Proteine und 10 Energie. Na. Sehr gut. Jetzt ist nochmal die Frage. Nein. Jetzt ist nochmal die Frage. Nüsse. Ich brauche unbedingt Nüsse. Hm. So. Hier wächst anscheinend auch überhaupt nichts. Achso. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja. Es wird immer dunkler. Holzscheit. Wo kommst du denn her? Hm. Seltsam, seltsam. Eine Kokosnuss. Huh. Ah. Mein Leben ist gerettet. Trinken. Sammeln. So. So. Jetzt nimmt die. Ach. Was macht es denn daraus? Fruchtfleisch. Jo. Sehr gut. Unbekannter Pilz. Da ist noch was. Stöcker. Stöcker. Ich brauche wieder ganz viele Stöcker. Oh, ich muss wieder schlafen gehen. So. Schnell ins Bettchen mit mir. Erstmal schon noch was trinken. Und ab in die Koje. So, jetzt ist mein Feuer auch bestimmt wieder aus. Tolle Nummer. Ei. So. Trinken. Trinken. Okay, weiter geht's. Ja, mein Feuer ist aus. Mist. Gut. Mir fehlt's wieder an... allem. Gut. Dann esse ich jetzt erstmal wieder ein paar Nüsse. Oh, das gibt mir Fett. Ich brauche unbedingt mehr Kokosnüsse. So. Alles klar. Warum zeigt er mir immer eine Eins an? Achso, nee. Achso, genau. Ich werde die mal... auch hier hinlegen. Hier mache ich meine kleine Wasserquelle hin. So. Und so. Und so. Seile. Gut. Trinken. War noch nicht richtig voll. Sauber. Hm. Nein. Nicht das Fabrik. Aber gut. Hier liegst es nicht richtig. So. Trinken. Ja. Jep. Ah, nochmal. Es wird hell. So, dann gehe ich jetzt nochmal zu meiner Steinfalle. Wenn ich denn eine... Wenn ich die... Ja, ist ja gut. Ich tue dir nichts. Ein Pilz. Noch eine. So. Ach, da ist er. Ja, geil. Wieder eine Spinne. Und... Habe ich noch eine Larve? Da. Ja, ist doch gut, wenn die hier irgendwas abwirft. Und jetzt habe ich schon wieder irgendetwas an meinem Körper. Ja, du und deine Geräusche. Aha, das andere Bein. Da. Und... Da. So. Jetzt gehe ich... Darüber. Da kann kommen, was will. Nur ist die Frage, von wo. Mal sehen, was hier so rumkeucht und fleucht. Hier sind doch keine Krokodile oder Alligatoren oder sowas, ne? Oder Wasserschlangen. Okay. Ich bin drüben. Hier sind Bambus. Aber vielleicht... Oh! Okay. Halleluja. Ah, Pilze, Pilze, Pilze. Hier sind wieder irgendwas. Hier sind wieder irgendwas. Ah! Ein Stock? Okay. Ein kleiner Stock. Ich nehme mich mit. Ja. Super. Achso, wie klein bin ich wieder voll? Äh. Ist das hier nicht so ein... Ameisenhaufen? Nehmen? Ich kann mir Ameisen nehmen. Und wozu brauche ich die? Vor allem, wie viel kann ich mir nehmen? Sechs. Ist die eine Kokosnuss? Links von mir ist eine Kokosnuss. Ja. Elf Ameisen. Alles klar. Da, Kokosnuss. Huch, Mann. Na, sag mal. Jetzt. Tränen. Sammeln. Was ist denn da? Was ist denn da? Moment, Moment, Moment. Ich... Jetzt bin ich wieder überfordert. Komm, die schmeiß ich mal jetzt weg. Ich will da jetzt unbedingt hin. Oh Gott, ist hier jemand? Oh, geil. Yay. Neuer Eintrag. Bambus-Räuchergestell. Äh, what? Was ist denn hier? Eine Fackel. Oh, krass, Mann. Hier. Ein Räucher... Wow. Großer Stein. Okay. Knochen... Was? Zünglerfleisch? Sammel ich. Drei Mahn. Naja. So, trinken. Sammeln. Da ist ein Bogen. Da ist ein Bogen. Spielsch... Ich kann hier speichern? Oh, wie geil ist das denn? Ich kann hier schlafen. Gute Nacht. Äh, ich speichere mal lieber nochmal. Zehn Tage habe ich überlebt und entdecke heute das. Sammeln. Kann ich hier bleiben? Sauber. Äh, ja. Kann ich hier was machen? Also bauen und so? Kommen hier Feinde? Äh, ja. Also, boah, gut. Jetzt bin ich schon wieder... Etwas irritiert. Sammeln. Ich werde mal ein bisschen was essen. Ich brauche ja Fette. Und zwar nicht wenig. Dann werde ich mir nochmal die hier... Ach, zurecht schon. Nein. Die hier wollte ich trinken. Sammeln. Sammeln. Trinken. Sammeln. Ja, jetzt sammle ich die mal einfach hier weg, weil... Die dann weniger Platz wegnehmen, denke ich. Oh, ich sehe gerade... Ich muss mit der Aufnahme... Schluss machen. Aber erst nachdem ich sie gegessen habe... Dann gehe ich wieder speichern. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.